Guten Morgen zusammen! Das Wetter ist heute wie meine Stimme. Keiner mag mich und keiner kann mich leiden. Lasst uns nachsehen, was das Universum für eine Kurzbotschaft für uns hat. Für die Woche vom 28. August bis 3. September 2023. Liebes Universum, bitte gib mir Botschaften, was auf uns zukommt. Dies ist eine allgemeine Legung. Bitte denkt daran, dass es sein kann, dass ihr nicht vollständig in Resonanz geht. Als Hauptthema liegt eine Glückssträhne. Kleines Glück bringt eine Glückssträhne bei einem Neuanfang. Und Sorgen ohne Grund bei der Mutter oder mütterlichen Frau. Die weiteren Tendenzen, eine positive Veränderung nach einem langen Weg. Alles Liebe, eure Sonny. Mua. 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 Mua.